hallo guten morgen freunde hier ist er wieder euer alex so ich wollte heute mal mein erfahrungsbericht hier von mir geben über die neuesten power banks die man so kaufen kann ich habe jetzt hier die power bank von power ad die für mich der absolute preis leistungssieger ist und zwar mit großem abstand für mich gibt es keine bessere als diese power ad ich habe mehrere ausgetestet und kenne mich von daher ganz gut aus mit power banks und diese ganzen chinesischen angaben die da gemacht werden 50.000 milliampere 100.000 milliampere 300.000 milliampere 500.000 milliampere da ist alles gelogen da könnte davon ausgehen da ist nix von war man kann ja dabei ebay auf ebay oder amazon teilweise power banks kaufen bis zu 500.000 milliampere das ist technisch überhaupt nicht möglich das ist der absolute quatsch ist das weil das ist jetzt hier zum beispiel eine power bank die hat 10.000 milliampere und die hat sie auch wirklich also ich meine bleibt ja sowieso immer ein kleiner rest betracht muss ja in der power bank bleiben weil wirklich sind da drin ungefähr etwas mehr als 8000 milliampere ja und das ist auch realistisch mehr geht halt nicht bei 10.000 da ein rest energie immer drin bleibt da der eine tiefen entladung tiefen entladung schutz hat wo immer irgendwie eine gewisse menge an zehn prozent meistens drin bleibt beziehungsweise hat der spannungswandler der hier drin ist auch noch eine gewisse gewissen verbrauch von daher kann man hier mit ungefähr 8000 milliampere die man da rausziehen kann rechnen aber die hat sie dann auch wirklich ja ich wollte mir jetzt keine lg kaufen oder keine samsung die auch natürlich sehr gut sind aber die ist vom preis leistungsverhältnis ist die irgendwie eigentlich besser hier weil die hat auch super zellen drin die lange aushalten das ist eine hohe energiedichte in diesen zellen natürlich wiegt so ein dingen auch ein bisschen wat ja der teil hier wiegt ungefähr 250 gramm dann ist aber auch qualität ja die ist außen aus aluminium die vor allen dingen ist sie sehr sicher ja ich habe schon mehrere videos gesehen im internet wo die power banks da im rucksack angefangen haben zu brennen ja und das wird euch hier mit dem teil nicht passieren das ist überhitzungsschutz über latzungsschutz unter ladungsschutz das hat mehrere schutzfunktionen mit eingebaut also wie auch die richtig guten hochwertigen teuren ist ja eigentlich auch eine gute hochwertige power bank halt nur von einem hersteller auch aus china aber die anderen kommen auch aus china müssen nicht denken dass die anderen da in deutschland hergestellt werden das ist alles made in china also sehr viel auf jeden fall und qualitativ ist die auf jeden fall sehr hochwertig hier und hat zu einem vernünftigen kursus ich habe die damals für 12 13 euro über ebay gekauft jetzt kostet ein bisschen mehr arbeit lohnt sich halt ja die ist bei ebay und bei amazon kann man die kaufen und ja ist halt eine sehr gute power bank das wollte ich dann nur zu sagen hier oben sind zwei ausgänge einmal der 3, rechte hier der rechte hier ist 3,1 der andere 2,4 ampere obwohl ich in der realität keinen großen unterschied habe merken können weil ich konnte mein handy auf beiden gleichzeitig schnell laden das hat also gut geklappt hier kann man so an machen dann gehen hier die ganzen balken an der zeigt dann immer an wie viel verbrauch oder wie viel energie noch drin ist hier ist der usb dem der micro usb kabel notwendig um das dinge zu laden der liegt ja da hinten der ist im lieferumfang mit dabei aber die meisten haben ja noch so ein teil zu hause ja und von daher ist das für mich die beste power bank ach übrigens wer sich hier den tisch so anguckt und denkt das ist alles dreckig der denkt falsch weil das ist ein naturholztisch und ich habe den nicht glasiert und gar nichts der ist also ganz sauber das ist halt so mit den jahren kommen da so ein paar flecken drauf aber wie gesagt hat mit schmutz oder so nichts zu tun ja wie gesagt zurück zur power bank das ist ein gutes gerät für kleines geld ich finde es gut und für mich ist es von daher die beste power bank die man kaufen kann 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 man auch noch gut mitnehmen ist nicht so ein riesen ding ist nicht ganz so klein kann man die meisten handys zwei drei mal mit laden und ich denke mir dann dafür ist das ein sehr gutes teil und hat dafür seinen zweck erfüllt wie gesagt diese ganzen angaben das kann alles nicht sein was die da schreiben 100.000 500.000 300.000 ampere die müssten enorm viel wiegen wenn die power bank nichts wiegt wenn die 70 gramm wiegt oder 100 gramm oder 120 gramm und soll dann angeblich 100.000 ampere haben das geht doch alles gar nicht ja eine power bank hier mit 10.000 ampere die muss 200 bis 240 250 gramm wiegen vor allem wenn sie noch hier außen aluminium ist da ist doch klar ansonsten geht das doch gar nicht wie soll denn die energiedichte da reinkommen diese hochwertigen lithium leonenzellen die hier drin sind die wiegen natürlich auch einiges ja da muss auch ein gewisses gewicht haben damit die angaben irgendwie stimmen können ok ja wäre schön wenn ihr mir einen daumen hoch da lassen würdet vielleicht den kanal abonnieren ich mache demnächst noch mehrere videos über power banks outdoor camping wohnmobil energie unterwegs ja und bis dahin alles gute ja macht gut freunde bleibt gesund tschüss